Die Stahlfaust. Sie ist seine einzige Waffe, um gegen die geheimnisvollen Techniken des Kung Fu ankommen zu können. Auf dem menschlichen Körper gibt es 108 Punkte, von denen nur sechs zu Lähmung oder Tod führen, wenn sie richtig getroffen sind. Um auch diese Stellen unverwundbar zu machen, bedarf es eines stahlharten Trainings. Es ist mir gleichgültig, ob ich jetzt sterben muss. Aber ich hasse den Mann, dem ich das verdanke. Ich hoffe nur, dass du ihn finden wirst. Hast du die geringste Ahnung, wer es sein könnte? Nein, ich habe keine Ahnung. Aber du musst ihn zur Strecke bringen. Ein Unschuldiger wird gnadenlos gehetzt. Nur durch die Beherrschung aller Kung Fu Techniken wird es ihm möglich, den wahren Täter zu überführen. Ich bin sicher, du hast schon von meiner Technik gehört. Ja, sie sind der Meister der Adlerkralle. Nein, ich bin viel mehr als das. Ich bin auch der ungeschlagene Meister des Eisernen Panzers. Die Stahlfaust. Die Stahlfaust. Untertitelung des ZDF, 2020 Brillanteste Technik, furiose Kampfszenen, Action, wie sie bisher in noch keinem Film zu sehen war. Das zeigt Ihnen der neue Eastern Superhit, die Stahlfaust.